Hallo Internet, ich möchte euch heute ein Video zeigen, was ich so eigentlich gar nicht auf YouTube stellen wollte. Die Aufnahme habe ich gemacht, um ein paar Tests mit meinem neuen Studiolicht mit verschiedenen Features und Objektiven der Kronos 1.4 zu testen. Dennoch haben mir dann im Nachgang doch ein, zwei Aufnahmen so gefallen, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und vielleicht gibt es dann im Laufe des Jahres noch einmal eins in besserer Qualität. Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!